Zu einem neuen Unboxing Video. Heute mal mit einer Maus. Und zwar mit der Rocket Cone XTD. Ich habe hier die XTD in der Laser Version. Und ja, schauen wir mal an, was wir hier in dem hübschen Karton so alles drin haben. Also wir haben hier die Maus natürlich drin. Die hat 8200 DPI, einen Easy Shift Button, Easy Shift Plus Button hier. Dann 4 anpassbare LEDs. Also das sind die hier an der Seite. Sowie eine TDCU Ultimate Tracking. Was das Ganze bedeuten soll, keine Ahnung, aber es soll ja cool sein. Dazu haben wir noch das Rocket Titan Wheel. Also das Mausrad hier soll so wirklich Titan-like sein. Was zum Beispiel bei der normalen Cone-Version der Maus nicht der Fall war. Da war es nur Plastik. Das ging auch öfter kaputt. So, schauen wir noch. Was haben wir noch auf der Verpackung? Wir haben hier so ein paar Ritzen. Da können wir so ein bisschen reinlunzen. Mehr aber nicht. Hier unten haben wir nochmal ein paar hübsche Symbole dazu. Dann haben wir hier auf der Seite nichts außer ein Open. Auf der Rückseite haben wir nochmal die Beschreibung der kompletten Maus in mehreren Sprachen. So wie die Beschriftung der einzelnen Sachen, die wir auf der Maus haben. Wir haben hier zum Beispiel ein 32-Bitze auf 72 Megahertz getackten Turbo Core V2 Prozessor drin. Ja, was der so alles kann, sehen wir dann nachher. Dann auf dieser Seite haben wir nochmal eine genauere Mausbeschreibung. So, könnt ihr alles ansehen. Ihr könnt Pause drücken und euch das durchlesen, wenn ihr möchtet. Ist ja 4K, also sollte lesbar sein. Von der Unterseite her haben wir nochmal ein paar Informationen wie Systemanforderungen und natürlich einen QR-Code. Also wenn ihr jetzt Pause drückt und diesen mit eurem Handy abscannt, dann kriegt ihr die Maus normalerweise auch raus. Von oben haben wir dann nur nochmal das Ganze ein kleiner, was auf der Vorderseite drauf ist. Hier haben wir auch nochmal die Anmerkung, dass 4x5 Gramm Gewichte drin sind. Mehr nicht. So, machen wir mal das ganze Ding auf. Das geht hier so einmal auf. So, wir haben hier die hübsche Maus. Dann haben wir hier die Gewichte und nochmal einmal zur Seite genau die Beschreibung der Maus. So wie ein hübsches Bild von den Chips, die verbaut sind und so weiter. Nichts Außergewöhnliches jetzt, sage ich mal. Das einzige, was außergewöhnlich für diese Maus ist, wir können sie hier so aufklappen. Das war bei der alten Cone nicht der Fall. Da war dieser Deckel hier weg, da konnte man so direkt drauf sehen. Okay, packen wir mal die Maus hier aus. Open hier. Das hört sich gut an. So, gerade auch einmal weg. Und dann müssen wir das hier einmal lösen. So, und dann kommt uns auch die Maus schon entgegen. Als erstes nehmen wir mal die Gewichte raus, dass die uns nicht davon fallen. Und dann kommen wir entgegen, meine Maus. So, die Kärbchen durch. Dann haben wir die Maus. Das kann auch mal weg. Das auch. Und hier haben wir natürlich noch einen Quick Installation Guide, den keine Sau wahrscheinlich braucht. Jetzt haben wir hier hinten noch die kleine Maus. Sinnlos. So, hier haben wir noch ein Stück Papier. Auch weg. So, als erstes schauen wir uns mal kurz die kleinen Gewichte hier an. So. Sehen diese Dinger aus. Das steht drauf 5 Gramm pro Gewicht. Also haben wir hier dann 20 Gramm in einer hübschen Schale. Die ist etwas kleiner geworden als die von der normalen Cone. Ich kann jetzt hier nur die normale Cone eben sagen, weil ich diese Maus hatte. Ist ein bisschen kleiner, ein bisschen hübscher geworden. Gefällt es mir gut. So klein. So, dann kommen wir mal zur Maus. Diese haben wir hier. Wir haben die von unten. Fangen wir einfach hier mal von unten an. Und zwar, hier haben wir eben den Laser drin. Und wenn wir die einmal rumdrehen, dann haben wir hier eben nochmal ein paar Daten. Und so weiter und so fort. Hier irgendwie Entsorgungshinweise, falls wir die doch mal wieder wegschmeißen möchten. Dann nochmal ein Made in China. Aber designt in Deutschland, immerhin. Dann zur Oberseite haben wir hier natürlich dann unser Mausbad. Oh mein Gott. Das geht wirklich geil. Dann hier vorne haben wir einen Knopf. Den können wir frei belegen. Dann haben wir hier Plus und Minus für die DPI-Einstellung. Und natürlich hier unser Links und Rechts. Und ja, in der Mitte haben wir natürlich das Scrollrad auch als verwendbare Taste. Zur Seite haben wir hier noch vor und zurück für Browser oder wer möchte ihn spielen. Hier haben wir nichts. Ja, das war eigentlich alles zur Maus, was wir so haben. Kommen wir nun zum Gehäuse an sich. Mal gucken, wie gut das ist. Weil mein Händchen hier ist nicht das kleinste Patsche-Händchen auf der Welt. Ich brauche gerne eine große Maus. Und ja, gehen wir mal hin. Ah, liegt gut in der Hand. Liegt echt gut in der Hand, weil es eine größere Maus ist. Und ich habe eben eine größere Hand. Und dementsprechend, ich kann hier meine Hände schön drauf platzieren. Das gefällt mir gut. Der Daumen findet hier in dieser kleinen Mulde schön seinen Platz. Der Zeigefinger kriegt auf der linken Maustaste seinen Platz. Der Mittelfinger auf der rechten. Kann dementsprechend auch gut scrollen. Der Ringfinger könnte eventuell die rechte noch bedienen. Ansonsten ist er hier hübsch an der Seite noch abgelagert. Und der Kleine kriegt hier noch seine kleine Mulde. Das gefällt meiner Hand richtig gut. Liegt aber dennoch wirklich sehr gut in der Hand. So wie die Kauen. Wie die normale Kauen, die lag mir auch schon gut in der Hand. Die ist aber nur mit der Zeit nicht mehr so toll. Denn bei der Kauen an sich hat sich hier an den Mulden, da wo mein Daumen immer lag und vor allem hier, wo mein kleiner Finger immer lag, die Gummibeschichtung hier ein bisschen abgenutzt. Und dementsprechend sah das dann nicht mehr ganz so toll aus. Ein bisschen versieft, würde ich mal sagen. Denn wenn man ein bisschen schwitzt, vor allem im Sommer, dann nutzt es hier sich brutal schnell ab. Ich bin mal gespannt, wie lange die hier hält. Aber sieht schon mal gut aus. Was hat sich verändert zu der normalen Kauen? Wir haben natürlich hier unsere LED-Streifen beibehalten. Die können wir natürlich von der Software her wieder frei anpassen. Was sich verändert hat, ist das Rocket-Logo. Das haben sie hier jetzt in Silber drauf gedruckt. Mit dem XTD-Logo unten drauf. Bei der normalen Kauen war hier das kleine Rocket-Logo sogar noch beleuchtet. Ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Schauen wir uns nochmal das Titan-Wheel genauer an. Und zwar haben wir das hier. Das geht nämlich wunderbar. Nicht zu schwer und auch nicht zu leicht. Es geht eigentlich relativ gut, muss ich mal sagen. Und was mir gefällt, sind diese Rillen drin, dass man schön die Haftung auch hat. Auch wenn man mal schwitzige Hände hätte oder so. Man bekommt dadurch einen besseren Griff, auch auf das Scrollrad, was ich wieder von der Kauen nochmal sagen könnte, dass dort die Rillen nicht drin war. Und an einem heißen Sommertag, an meinem Platz hier hat es schön hingescheint mit der Sonne. Das war dann schöne 30, 35 Grad warm. Und dann rutschte man nur noch drüber und gescrollt hat man eigentlich nichts mehr. Deswegen, das hier ist wunderbar. Und nach rechts und links geht's schön. Schauen wir uns noch das Kabel an. Das hat sich nämlich auch ein bisschen ins Besse geändert. Denn das haben wir jetzt mit einer schönen höchsten Stoffvermantelung drumherum. Das soll auch dafür sorgen, dass wir hier kein Kabelgehetter mehr haben. Auf dem USB steht auch nochmal Rocket Code XTD drauf. Das war auch ein bisschen am PC, dass hier das die Maus wäre. Und dass wir die jetzt nicht unbedingt abziehen sollten. Ja, das war eigentlich soweit alles. Wir haben hier eben nochmal die Sachen, die dabei waren. Mehr sind es nicht. Ein Review-Video könnte folgen, wenn ihr das möchtet. Dann kann ich euch auch noch mehr dazu sagen, wie die Maus sich denn so im Praktischen ein bisschen verhält. Wenn ihr eins möchtet, sagt es einfach unten in die Kommentare. Wir sagen, es ist schwierig, eher schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumtchen nach oben. Ein Abo hinterlassen wäre auch ganz cool. Schaut mal auf einmal meinen anderen Kanälen auch vorbei. Vielleicht findet ihr dort ja noch ein paar tolle Dinge. Und wenn ihr natürlich hier noch mehr sehen wollt, empfehlt diesen Kanal natürlich an eure Freunde weiter. Dass die hier auch mal vorbeischauen und eventuell dann genauso klug und schlau und cool seid wie ihr. So, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein.